Die, die sind richtig, weißt du, wir haben die so richtig hart verarscht, weißt du, wir hatten gegen die, wir hatten gegen die CW, ne, wir hatten oben, und dann haben wir 64 Äpfel beim Militär gekauft, die die ganze Zeit runtergetroppt, du wolltest ihm Glädenäpfel fahren. Bullshit, ey, habt ihr gewonnen? Ja, 3-0 oder so. Ratsch mal ein, bitte. In die Party. Apfelra, Apfelruscht? Ne, die sind X-X-Chat gebannt. X-X-Chat gebannt. X-X-Chat gebannt. Ja, die sind Äpfelruscht, Äpfelruscht kannst du auch. Ne, Digger. Ne, muss nicht sein, okay. Hibst du wieder auf? Ja, ich nehm die ganze Zeit auf, ich bin mit 24-7 auf. Ist dein Ernst? Ich hab mich nicht benommen, ey. Nein, Zwischenrunden lasse ich, Zwischenrunden nehm ich nicht auf, alles gut. Warte, egal, die Sicht sieht grad voll Porno aus. Guck mir an den Arsch, net, I'm in der Korre. Mh, ey, machen wir, ey, komm. Wollen wir den, machen wir den, nimmst du jetzt auf? Ja. Wolltest grade sagen, wollen wir den TS griefen? Oder DDoßen? DDoßen? Ne, man, ich weiß nicht mal, wie's geht. Ich wusste, bis vor kurzem kannst du Luca fragen, nicht mal mehr, wie man einen Tag-Shop installiert, ey. Ich sag nur Hashtag AskDimmy. AskDimmy. Alles klar. AskDimmy. Kann grad nicht mal One-Stack-Engel. Engel. Ich will MLG-Way. Mein Gott, Mann, was ist das? MLG-Way. XD. Langeweile. Red-Libs, ah, da, da, da. Nein, ich hab mir zwei Korps gekauft. Komm her. Hier. Kann's machen. Boah, du bist so nett. Aber wir werden eben oben eh nicht bekommen. Wir werden verlieren. Hä? Leute, die anderen bauen auch hoch. Hui. Nee, wirklich. Ich hab's gar nicht gesehen. Hui. Ich hab's gar nicht gesehen. Ist ja nicht so, dass die ganze Zeit schon ne aufbauen waren. Ich hab's gar nicht gesehen. Juck mich nicht. Hast du, hast du Bogen? Hä? Wir haben trotzdem oben. Als ob. Hat er gefehlt? Ja, drei. Ich brauch noch Blöcke. Ich hab nur 22. Oh mein Gott. Junge, zieh doch noch höher, Mann. Ja, 169. Ja, als ob du MLG machen musst. Natürlich muss ich MLG machen. Lass mich. Hi, der Witzkart, Kapitän. Äh, bitte noch. Eins, zwei, drei. Ja, okay, gib mal die Blöcke. Oha, ich soll dir die Blöcke geben. Ja, dat ma. Dat ma. Aber nur, weil du so nett bist. Aber ich kann dir auch nur 10 geben. Alles great. Ey, die bauen zur Seite. Nein, die wollen oben kriegen. Wie willst du Sarah's Bier? Das ist eine gute Frage, Apfel. Ey, bau, 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 hopful, bau weiter. Geradeaus, geradeaus. Komm schnell, mach energy. Ich will fast energy. Keine Blöcke mehr. Spring. YOLO. Ich hab' nicht geschafft. Du hast es, nice. jetzt direkt lol ich dachte mir bei mir kam noch mal der abbausound ja der kommt manchmal zu machen soll ich mich backporten wobei ich bin gerade in deren base das wäre dumm ich habe ein bohr wenn die aber gar kein gold mehr mein gott was macht der junge man ich komme jetzt gleich von hinten hoch und fick die die haben einfach eine level 2 brustplatte in die in die chest gepackt